Warum auch? Unser Glauben geht unter. Wir lesen weiter. Habt keine Angst, erschreckt nicht. Ich verkünde euch das. Es ist die Person, die die gute Nouvelle, die gute Nouvelle. Große Freude bringt Gott uns. Hier wird ein großer Glück für alle deine Menschen. Heute, in der Stadt von David, ein Sauber-Ainé. Heute ist es schon in der Stadt, in der schon David geboren wurde. Ein Sauber-Ainé für dich, das Christ, das Seigneur. Hier ist es, wie ihr sie reconnertet. Sie sagten, wie wirst du ihn erinnern? Aber die haben es nicht erkannt. Für ihn ist es in diesem Moment gekommen. Es war eine große Welt. Aber wie erkennen wir denn dieses Baby, Jesus Christus? Ich möchte dir heute sagen. Auch den Dämonen. Auch die Ecke. Gott hat die Sachen für dich getan, wo man weiß, dass es du bist. Alleluia. Das ist, warum die Bibel nicht so gut sind. Deswegen sagt Gott, ich habe euch auch Sachen gemacht. Das ist die Dämonen. Amen. Auch die Dämonen, auch die Engel, die wissen das. Das ist, warum die Dämonen nicht so gut sind. Aber die Dämonen, die sind so ein Fisch. Wir kennen Jesus Christus. Wir kennen Jesus Christus. Wir kennen uns auf die Dämonen, die Dämonen nicht so gut sind. Ich weiß es, was alleinander? Allein du. Alleluia. Amen. Da, wo Gott dich nicht hergebracht hat? Jonas hat ein Problem für Sikawana. Geografie. Das ist die Geografie. Geografie, Lokalisation, ein Liebesitz. Es ist Sikawana. Jonas ist da hingegangen, wo Gott wusste, wo er ihn muss. Aber er wusste es nicht. Er provokiert agitation. Er hat die Angst. Er hat die Angst. Am Ende sagte er, da wo ich war, ich musste hier enden. Ich musste hier da sein. Er sagte zu ihm, du, wer bist du? Ich bin Hebron. Ich bin Hebron. Also alles, was dir passiert ist, das bin ich. Es gibt manche Leute auf der Welt, wo die merken, wo du jemanden anfassen willst. Die Probleme von deiner Familie, deiner Frau, deiner Kinder. Er ist Fleisch, aber nicht jede Fleischart, die man isst. Manche Leute auf dieser Welt, wo du nicht anfassen musst, was dir gehört. Die Bibel sagt, ich gebe sie als Leute für dich. Manche sterben. Manche etwas angefasst haben. Und du suchst etwas, was sehr, sehr groß ist. Und du gehst, um das anzupassen. Das hat dich direkt mitgenommen. Alleluia. Alleluia. Gott hat diese Putsch mit dieser Person, damit sie da dienen kann. Du gehst, weil du eifersücht bist, mit dieser Person rein. Alleluia. Und das wichtigste. Alleluia. Alleluia. Weil, die drugs zu erochen haben, können sie uns nicht umdrehen würden. Gott sagte ihnen, wie die diesarrfsten ab. Als sie die Snowenberg passt. Es gebe nur Folgendes, die die universitarische geförderzen könnten. Andere puts ihnen an Räume auf allen Menschen mit dem Gerissen. Diese Person mit einem guten Herz. Das ist vom Gerissen pudding. A transpose ist gestorben. Es gibt Menschen, die nicht einfach umsonst nicht sterben. Er will es anfassen, weil er es beschützen will. Er ist gestorben. Er ist für immer weg. Halleluja! Da, wo Gott dich nicht plant, geh nicht da rein. Es gibt auch manche Leute, die Probleme sind gestorben, haben etwas genommen, was nicht dir hingehört. Manche haben ihr Leben gestorben, nur wegen sowas. Weil diese Kämpfe, die schon in Dämonen haben, ist, hat Gott dich da nicht hingebracht. Selbst die Dämonen kennen nicht auf der Dabseite. Halleluja! Amen! Es gab ja einen Tag, wo wir gebetet haben, mit einem... Er sagte, wir beten für die Gemeinde. Er sagte, du komm her. Ich weiß nicht, ob es ihr erkannt habt. Du, Stefan, alle anderen hinter dir. Wenn Gott dich in diesem Moment nicht mehr Platz kennt. Wenn Gott dich in diesem Moment nicht mehr Platz kennt, kennt du die Konsequenzen dafür? So wie ihr bekommt, jeder von euch kommt mit seinem Feld, mit seinem Problem, Schwierigkeiten, damit der Satan nicht ruhig ist. Aber wenn ihr hier seid, dann sind das die Bibel. Geh nicht hin, wo Gott dich nicht hergebracht hat, auch wenn du 20 Jahre, 3 Jahre in der Gemeinde bist. Er sagte, ich stehe in meiner Produktion und ich warte da, wo der Gott mich wieder aktiviert. Ich wünsche euch einfach den neugierigen Fasselmann, das nicht mir gehört. Du bist ein Sternstein. Ich rufe Freuen für ihn.